Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und ihr seht, worum es heute hier gehen wird, und zwar um eine weitere Tinbox. Und zwar haben wir noch Machomai EX und Garados EX. Diese beiden Tins haben wir noch da. Und heute ist Machomai EX dran. Garados EX kommt nächste Woche. Und wir hatten in letzter Woche in der Mewtwo EX-Tin, wir hatten so geniale Pulse. Leute, schaut euch das an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Unglaublich Pulse. Sehr genial. Und wir hoffen, dass wir das ähnlich hinkriegen, auch mit dieser Machomai EX-Tin. Das wäre natürlich wünschenswert. Zu hoffen kann man ja. Deswegen. Also, ups. Wir wollen auch gleich starten hier mit dem Opening, ohne weitere Umschweife. Hier ist die Tin. Total genial. Machomai in genialer Pose. Da haben wir Gerados. Shiny. Hier haben wir Machomai gehabt. Und Mewtwo. Hier vorne Pokémon Training Card Game. Oh, ich sehe gerade die Tin, die ist ein bisschen ramponiert. Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Und hier halt der Rückentext. Also Rückentext, ja. Genau, der Text auf der Rückseite. Genau. Den habe ich euch schon vorgelesen bei dem Mewtwo-Tin. Wir überspringen das jetzt einfach mal, sonst dauert das hier zu lang. So. Genial. Das Machomai. Die CodeCard. Und das mindestens genauso wichtige. Die vier Booster-Packs. So. Die Tin, die wäre uns nur im Weg. Deswegen kommt die auch freundlicherweise an die Seite. So. Machomai EX-Promokarte. In diesem Online-Deck, was ihr mit diesem Code freischalten könnt, kriegt ihr das zweimal. Dies Machomai EX und halt das Deck dazu. Sehr cool. Und Machomai EX-Promo. Ein Reprint aus Ewiger Anfang. Das Mewtwo war aus To-Start. Das hier aus Ewiger Anfang. Und Machomai EX hat die Promo-Nummer XY 108. Genau. 108, wie ich sehen kann. Und genau. Angriff kochende Wut. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Schadenspunkte auf diesem Pokémon zu. Dieses Pokémon ist jetzt verwirrt. Also wenn es diesen Angriff einsetzt. Und bekloppter Hammer. 80 Plus Schaden. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners von einem speziellen Zustand betroffen ist, fügt dieser Angriff 80 weitere Schadenspunkte zu. Anschließend verlieren alle speziellen Zustände auf diesem Pokémon ihre Wirkung. Sehr cool. Es gibt Decks, die haben sich halt darauf spezialisiert mit Machomai EX zu arbeiten. Das ist hauptsächlich dann ein Ariados Deck. Genau. Ja. Hier haben wir diese vier Booster. Und zwar einmal Turbo-Fieber, einmal Turbo-Start, einmal Phantom-Kräfte und einmal Flammenmeer. Wir fangen mit Flammenmeer an und arbeiten uns dann zum aktuellsten nach vorne. Ich hoffe, wir können irgendwas Großartiges ziehen in diesem Opening. Dieses erste Pack, was wir jetzt gemeinsam öffnen, startet mit Psyau, Puffy, Leufeo, eins meiner Lieblings-Pokémon, Sneebel, Flabebe, Flödelis, okay, gut, kann man immer mal gebrauchen, Viscargot, Trickscharfe, okay, auch nicht schlecht, für Decks, Zwierlicht ist unsere Reverse und die Rare ist ein Tauboss. Okay. Also ein eher mittelmäßiges Pack. Leider auch keine Rare Reverse. Und nun das Phantom-Kräfte-Booster. Viscora, Somnium, Datiri, Kiesling, Irbis, sehr cool, Nachtwanderung, also Nightmarch-Decks, oh, Late-Necto, ebenso, Nachtwanderung, Flödelis-Trumpf-Karte, Matrifol ist eine Rare-Karte, sehr gut, und die eigentliche Rare ist ein Magnaien. Nun Turbo-Start. Ich hoffe, wir können wenigstens eine EX ziehen oder von mir aus auch ein, zwei Holos. Das wäre schon erfreulich. Dieses Pack startet mit Schneebedeck, Tuscar, Parfi, Nebulak, Dodu, Hundemons-Geistesbund, sehr cool, Leichtstein, Magneton, unsere Reverse ist ein Trassler, und die Rare, ein Parasek. Nicht so cool. Turbo-Fieber. Das zweite Turbo-Pack. Hoffentlich ist hier was Gutes drin. Und nun das letzte Booster-Pack dieses Openings. Fucano, Psyau, Anton, wie es dusselig an einem See sitzt, sehr süß, Samurzel, Käufer, Platsch-Energie, Mistis-Entschlossenheit, Akani, unsere Reverse ist ein Froxy. Und die Rare ist Manafi EX Full Art. Nein, die Karte verfolgt mich jetzt aber. Sehr cool. Ja, doch, darüber freue ich mich. Klar, es war Spaß. Sehr cool. Manafi EX Full Art. Sehr genial. Die Karte steht auch zum Tausch und Verkauf, denn ich habe sie ja gezogen. Zum Glück im fünften Turbo-Fieber-Display. Okay. So lange hat das gedauert. Und nun habe ich die aber auch schon letztens noch einmal getauscht bekommen. Also habe ich davon auf jeden Fall genug von diesem Manafi. Sehr perfekt. Sehr gut. Ja, sehr cool. Also, unsere besten Puls sind auf jeden Fall eine Full Art. Und Machomai EX. Manafi EX Full Art. Sehr cool. Mit der Fähigkeit Wasserkanal. Jedes deiner Pokémon, an das Wasserenergie angelegt ist, hat keine Rückzugskosten. Sehr nützlich. Und Mineralpumpe. Zieht 60. Heile 30 Schadenspunkte bei jedem Pokémon auf deiner Bank. Cool. Sehr cool. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schaut auch weiterhin zu. Die Spannung ist groß. Es kommen so viele neue Produkte raus. Und ihr werdet ausflippen, was ihr hier noch auf diesem Channel alles zu sehen kriegt. Deswegen bleibt dran. Schaut am besten jedes Video, was kommt. Denn in jedem Video verbirgt sich irgendwo ein Schatz. Ja. Bleibt mir auch weiterhin treu. Euer Pokémaniac. Bis dann.